Meine Damen und Herren, hier ist das erste Hypercar von Mercedes-Benz. Hier ist der Mercedes-AMG Project 1. Wir haben den 1.6 Liter V6-Combustion-Engine, direkt aus der Formula 1. Wir haben vier Elektrik-Motoren. Die Batterie-Technologie ist wirklich direkt aus der Formula 1-Combustion. 0-200 kmh, innerhalb von 6 Sekunden. Es ist ein sehr spannender Moment für uns. Ich bin sehr froh, dass Mercedes-Benz hier gegründet hat. Es ist Geschichte. Es ist die Pinnacle der Technologie, was man jetzt schon kann. Aber es wird auch die Zukunft der Senderkosten inspirieren. So, ist es etwas komparable? Nein.